Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Wir sind in der grauen Garnision und kämpfen uns jetzt den Schutzsteinen vor. Schauen wir mal was hier so los ist. Dredge entdeckt. Die sind unsichtbar. Okay, die sind anscheinend unsichtbar. Kommen die raus? Na? Na, was sind die denn? Oh nein. Oh, noch mehr! Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt erstmal nichts. Wir lassen die zur Tür kommen. Wir müssen zusehen, dass Landa irgendwie rauskriegen, dass wir Landa rausbekommen. Ich hoffe, die haben schon ihre Wolke geschmissen. Ich weiß nicht, da sind so viele Wolken jetzt übereinander, ich weiß nämlich gar nicht. Du machst mal nichts. Warte auf, du gehst mal hinter Amber. Du kannst auf jeden Fall, äh, ein Segen machen. Hm, da ist Land noch mit drin, ne? Ja. Ja. Boah, Alter, die hauen jetzt einfach noch. Oh nein! Ja. Ach, das hast du. Wie ich das hasse. Jetzt hab ich da draufgeklickt. Das wollte ich doch gar nicht, verdammt nochmal. Okay, Amber auch raus da, bitte. Woljef raus da. Ja, Landa, ich hoffe, du hörst dann aus da noch ein bisschen. Lilly ist aus irgendeinem Grund noch nicht benebelt. Aber das wäre nur eine Frage der Zeit, deswegen holen wir sie auch da raus. Bisher hält er das ganz gut aus da. Daryl natürlich nicht, der muss da weg. Noch einer. So, Landa muss auf jeden Fall jetzt hier noch das anmachen. Und ihr, ja, ihr müsst jetzt hier noch warten. Das bleibt jetzt, das geht nicht anders. Ja, das war ein Treffer. Lilly bleibt hier. Wir können da nicht durch. Ja klar, der trifft dreimal, ja. Der kann nix machen. Mh, kommen wir nochmal weiter raus aus der Wolke da. Mh, schafft er das? Schafft er sich das da raus? Ja, das geht so. Selah. Ember. Ember ist noch benebelt. Oh, jetzt ist es noch benebelt. Okay. Jetzt können sie alle kommen. Ach, nicht noch so eine Wolke. Ich dachte wir hätten sie alle. Landa muss da wieder weg. Ja. Oh, Entschuldigung. Du bist immer noch benebelt. Du auch. Äh, ist das euer Ernst? Wie viel wacht ihr denn davon noch? Ja. Sechs? Waren das acht Dredges? Er kann nichts machen. Er ist immer noch benebelt. Und kann nichts tun. Du auch. Du auch. vor dem zu fangen. D Herz. hier war Pine. allgemein. D azt aber, komm. Komm mal, ein paar Meter her. jetzt musst du tatsächlich so wird stehst du mal auf da ember kann nichts tun holje hakt zu langsam werden die leute wieder wach hier schön durchhalten du machst mal macht mal so was hier um den so ein bisschen auf abstand zu halten du lässt dich bitte nicht umbringen dann ist endlich wieder da gut schlag zu egal wohin was sind das für treffer du legst dir mal schlafen hier dann legst du den jetzt schlafen gut die hören nicht auf die hören einfach nicht auf ja alles gut die hören du musst noch mal heilen gut landes überlebt gut land hat seine ruhe jetzt hier gut gut ha so hamburgs das 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 ist so war du wohl du warum du gut bis auf lang sind aber eigentlich alle alle fit was du mal so und du mal so das reicht die kam aus dem raum bezieht dann gehe ich mal davon aus dass jetzt auch uhr ist ja okay hier jetzt noch mal runter im keller waren wir ja eigentlich schon legendenkunde 14 welchen sinn hat es altäre zwischen schmieren ich verstehe dass man sie plündert aber sich dafür die hände schmutzig zu machen echt jetzt wer ist übrigens unser religions mensch hier mal ganz kurz gucken ember du bist das nämlich alles klar ja dann kriegst du das jetzt und du machst das das ist gut dieses flachrelief stellt mit des heldentaten auf ihren weg zur göttlichkeit da selbst nach seiner entweihung verströmt es noch immer die heilige aura des himmels die verderbnis des abyss zieht sich angesichts der heiligen macht zurück oh das ist gut dynamische tiefling ja alles klar haben wir das hier ein bisschen gereinigt ja ja speichern mal kurz mal gucken was hier so los ist versucht euch mal zu verstecken stand wie gut das klappt ember macht doch mal bitte was habt ihr jetzt alle angst ist das so das wäre ja witzig du bist erstmal in die richtung du schließt du machst erstmal nix glaube ich obwohl du könntest uns mal hier sowas gehören oder jahre du machst attacke sehr gut sehr gut sie hat auch attacke würde ich sagen oder auch nicht ist das die kiste weg deswegen geht das nicht mehr gut wollen du greifst jetzt mit an dann auch immer schön fokussieren obwohl land eigentlich nicht niemals auf die schießen die im nahe kampf sind den gegner die im nahe kampf sind sind schwer zu treffen weil sie sich immer hin und her bewegen deswegen hat man als fernkämpfer dann mal wieder auf wenn es geht immer auf andere schießen jo er hat keine angst ok ich gehe nochmal zu seelah genau darin du könntest den hier mal demoralisieren er hat auch keine angst mehr alles klar im defensiven kampf brauchen wir jetzt gerade nicht der hat auch schiss und der hat auch schiss egal wenn du angreifst ich würde sagen den da gut wenn du schießt auf den hier gut denn du eigentlich völlig egal kriegst du ihn da ein lily jup ember zack du ja triff wieder nix mach ihn mal kaputt hier bitte du schießt auf den gut den werdet ihr wohl gleich hinkriegen da ne könntest du schon mal den schlafenden hier ein bisschen erschüttern bisschen doller hauen könnte es ne das wäre so toll ja dann schüttern wir auch noch ja der läuft aber jetzt richtig meine herren ok der hat die nase jetzt gestrichen voll alles klar hauen sollst du auch da da der steht auf das war ganz schlecht die idee für so war die stelle ist ein bisschen auf der kollege kommt bestimmt gleich sobald der ember sieht rennt er wieder weg ist so gut das kann man machen fürchte ich ne nein er überlebt das das war das konnte ich von hier aus sehen dass das daneben geht dämonen sind ja so dumm sie machen ihre spielzeit immer kaputt wenn sie genug damit gespielt haben was hast du da gefunden blitzer ding hier was war das hier wissen welt da rennt der los alles klar kriegt ja und jetzt noch mal einen kleinen schaffst du das bei diesen berufsstücken handelt es sich um die zerstörten reliquien früherer kreuzzüge diese historischen belege längst vergangene ereignisse wurden nun durch die grausamen klauen von dämonen zerstört tja was für eine welt so hier leuchtet was und hier haben wir noch mal atletik ja bist du und sind jetzt ausgerechnet du findest die falle ne das ist so klasse wir haben hier extra noch ein paar diebe angeheuert plus unseren meister die plus den mega lan hier und ausgerechnet der paladin findet die falle das ist einfach zu gut so das sollten wir nicht tun wir sollten hier lang gehen noch einen schritt vor wenn es fehlt und licht anmachen blande kann schießen wie so und im 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 Ich bin erschüttert, erschüttert geht noch. Ich bin erschüttert. 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 Off. Das ist gut, ein paar hat's erwischt. Darren sagt bis hier und jetzt machst du auch du nochmal einen Segen. Der ist bei mir nicht angekommen, shit. Egal. Du trinkst jetzt das hier. Und machst das Licht an. Und überlebst jetzt die Runde hoffentlich. So, der rennt weg. Lang. Alles auf den Typen da. Oh, oh. Wolf. Oh, du musst dich unbedingt hier ein bisschen schützen und dann greift ihn da an. Okay, der rennt weg. Emma muss hier mal so ein bisschen durch. Ich hoffe, das klappt. Ja, das hat geklappt. Ja, nun kann ich allzu viel machen gerade. Aber er kann ihn hier einschüchtern. Hat geklappt. Gut. Könnte es auch nicht allzu viel machen. Kannst du versuchen, ihn zu entwaffnen hier. Aha, dann steht da auch scheitert. Alles klar. Das wusste ich nämlich nicht. Er schmeißt wieder auf die Typen da unten, ist klar. Dann schießt auf den. Er hat die Nase voll. Woll, jetzt. Ah, ich muss da durch. Nützt nichts. Ach, komm. Hier aber auch nichts trifft, ey. So, der rennt weg. Was machst du da? Wieso läufst du da hin? Gott. Fokus. So, der hat die Nase voll. Der rennt wieder weg. So, so langsam kommen die wieder zu sich hier. Schießt weiter auf den Typen. Mist, Mann. Okay. Okay. Okay, er hat sich wieder beruhigt hier. Ähm, äh. Nochmal. Ja. Du. Auch nochmal. Du. Schön daneben. Gott, ey. Na, endlich. Ist der Typ tot. Also, die Angstgeschichte ist auch echt geil, ne? Das ist der Typ, wo Sela draufhaut. Oh Gott, ey. Oh, nö, warte mal. Jetzt können wir mal ein bisschen einschläfern hier. Nein. Nochmal. Ach, scheiße, vergessen das Ding auszumachen. Na toll, jetzt krieg ich eine rein oder was. Ja, immerhin so. Die hat immer noch Angst. Jo. Sehr gut. Ja. Du fasselst, ey. Nein. Einmal ihn einschüchtern. Ja. Das war schwach. Oh Quatsch. So, jetzt kommen die ersten zurück. Es ist schon ermüdend, ne? So, jetzt ist langsam Zeit für den nächsten Angstzauber hier. Oh Gott, so schön. Brauchen wir das schon? Ey, weißt du was? Du gehst jetzt vorher dahin. Ich kenn dich. Du willst nämlich ja nicht laufen. Ich hasse dich. Mhm, mhm. Mh, ja. Mhm. Eigentlich sollten die jetzt wieder weglaufen. Machen die aber nicht. Aha, doch. Du musst was trinken. Hast du was zu trinken? Ja, hast du sie. Äh, falsch. Da. Wieso das denn? Weil du nicht dran bist. Das war's für mich. Das war's für mich. Nein, du bleibst liegen. Erstmal. Gut, die haben noch Angst, ja. Gut. Nichts. Die kommen nicht dazu. Du machst eine weitere Heilung auf. Warum passiert das immer? Wieso läufst du nicht? Ähm, du auch nochmal. Gut. Jetzt stehst du wieder auf, bitte. Mhm. Gut. Gut. Ich könnte euch jetzt mal hier eine Tür stellen. Mhm. Einmal hier hin. Darin da hin. Und Lilly auf die Seite von der Tür. Das war nix. Jetzt rennen wir weiter weg. Mein Gott. Wir bleiben hier stehen. Wir gehen jetzt wieder in Echtzeit, würde ich sagen. Jetzt rennen die alle hinterher. Na gut. Halt, komm her. Ja. Unfassbar. So. Okay. Ja. Zack, zack. Nö. Oh ja. Das auch, das auch. So. Gucken wir uns mal in dem Räumchen hier um. Hier lag ja auch noch was rum. Ach ne, das nicht. Egal. Das, das, das. Ja, ja. Seht ihr die Tür hier? Ich weiß nicht, was er da gesagt hat. Ich schon. Ach so. Jupp. Zack, zack. Oh, da ist ein Gürtel. Mit irgendwas. So. Wissen Erkanung. Wer würde das machen? Woljev. Dann kriegt Woljev nochmal einen kleinen Weg oben drauf. Mal sehen, was er hinkriegt. Ah, pretty good. Den Zutaten und Geräten nachzuschließen, haben die Alchemisten dieses Laboratoriums an einem sehr gefährlichem Gift gearbeitet. Glücklicherweise konnten sie ihre Experimente nicht abschließen. Ja, das ist gut. Das ist mein Kind der Arbeit. Mhm. Dann kommen wir da lieber alle mit hier. Nein. Das ist irgendein, irgendein Geheimraum hier. Was ist das? Can't hide from me. Can't hide. Ach, da ist noch mehr. Alles klar. Mhm. Übelkeit, Mann. Ja, okay. Mhm. Ansonsten aber nichts. Alles klar. Und hier geht's dann wieder zum zweiten Stockwerk hoch. Und hier ist eine Tür, die man von da aus aufmachen kann. Alles klar. Hier liegt auch noch was. Alchemistenkram wahrscheinlich. Noch mehr Alchemistenkram. Gut. Was haben wir da für nen Gürtel gekriegt? Geschicklichkeit plus zwei. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Du hast gar keine Heilung mehr, wa? So, pass mal auf. Ähm. Wow. Haben wir jetzt wieder schon Sprung gemacht hier. Ich denke wir sollten hier jetzt aufhören. eine Nacht rasten. Und. Ähm. Dann geht's morgen weiter. Ja. Ich glaub auch. So machen wir's. Einmal speichern. Und wir sehen uns morgen. Tschüss. Ja, dann gehen wir hier nicht��uf. vor dema nat Trans pro развnis. Den Trehn. Vielen Dank.